An den Donnerstagen im Advent sind in Oberbayern, im südlichen Oberbayern, in vielen Dörfern die Klöpfler unterwegs oder sie heißen auch die Glätzl-Singer, weil sie als ein Glätzl gekriegt haben früher. Sie singen das Weihnachtsfest an, oft mit bewegten und lustigen Liedern und dann kriegen es auch für diese Singerei vor den Häusern, vor den Türen, kriegen es natürlich auch einige Gaben. Jetzt hieß heut schon die Läpfelzeit, drum machen wir uns dran, wir ziehen auf die dreie Weidung, Lötchen fleißig an. Wir bleiben nicht vor der Türe stehen, wir trauen schon ins Haus zu gehen, ins Haus zu gehen. Oh grüß' ein Kerl und Frau im Haus, wir singen euch das Chor, dies ist jetzt nicht mehr lange Haus und steht schon vor dem Tor. Die Lüge, schöne Weihnachtszeit und der Himmelung, die er sich freut, die er sich freut. Das Jesuskindlein wird jetzt gold im Kripplein wieder sein. Es wird es, es ist im Fünfzehkalt, wo man es dreißig ein. Bring dir mein Herz voll Liebesglund, damit es nicht mehr frieren tut, nicht frieren tut. Es werden bald die Engelein, das Gloria stimmeln an. Lacht ein, laft, biet, gehen, die Leif rein, die da was er kommt. Kniet nie, laft, biet, dann geschwind, das lege, holde Jesuskind, das Jesuskind. So zieh' dann jetzt euer Haus, ihr alle, groß und klein, mit vielen guten Werken aus, damit es dir hält ein. Wir danken euch mit Herz und Mund für die gereichte Garn. Der liebe Gott, euch segnet und beugnet auch alle Tag. Wir wünschen, dass wir ewig Gott beworhe euch vor aller Mut, vor aller Mut.